Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Ich möchte euch heute schon mal ankündigen, dass am kommenden Dienstag am 8.12. ein neues Pack für Planet Zoo erscheint, nämlich das Aquatic Pack mit allen wirklichen Tieren, die unter Wasser, im Wasser, neben dem Wasser leben. Unter anderem wurden zum Beispiel auch mittlerweile schon Riesenotter und Pinguine geleakt. Und die Pinguine passen hier natürlich perfekt hin. Klar, natürlich leben Pinguine eigentlich nicht im selben Gebiet mit Eisbären und wir werden hier beides haben, aber das hier ist halt einfach unser Schnee- und Wintergebiet und wohin, wenn nicht dann? Die meisten von euch waren dafür, dass ich die sibirischen Tiger und die Japan-Makaken tatsächlich eher in einen asiatischen Themenbereich packe. Ich den aber vielleicht als nächstes so im Anschluss an das Wintergebiet packen könnte und die dann so den Übergang bilden. Die Idee fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool und werden wir mal schauen. Dann wurde mir geschrieben, dass die Eisbären gerne ein sehr, sehr großes Gehege haben. Also da können wir vielleicht mal gucken, vielleicht können wir hier einen Weg über das Eisbärengehege drüber machen und das hier so um unser Winterdorf drumherum bauen. Die Idee, die kam mir jetzt so, als ich das gelesen hatte. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal den Weg ab da abreißen. Und dann kann man das hier vielleicht alles zum Gebiet machen, zum Eisbärengebiet, zum Eisbärengebiet erklären. Jetzt ist hier das natürlich ein Mitarbeiterweg. Dann müsste ich jetzt hier vielleicht den Weg anbauen. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, wie genau das ging. Da muss ich definitiv die Länge verkürzen. So, jetzt können wir vielleicht... Oh je, er hörte gerade mein Handy. Ich muss nämlich eine Rücksprache halten wegen dem Abendessen mit Mama und Papa. Ich fahre nämlich im Moment immer noch zum Essen zu denen. Das hier ist halt auch alles Mitarbeiterweg. Sonst kann das hier halt kein Mitarbeiterweg mehr sein. Klar, da werden sich die Besucher wieder beschweren. Höh, das gefällt uns aber nicht. Ja, ein Zoo lebt halt nicht von Luft und Liebe. Das geht nicht. Das geht nicht. Wäre bestimmt cool, aber leider nein, leider gar nicht. Solche Zoos werden nicht mehr gebaut. Ah, kann ich hier... Hier war doch gerade eine Treppe. Kann ich hier... Ja, perfekt. Das würde ich aber ganz gerne als... Als Holz machen. Das sind jetzt Strandbretter, aber die kann man hier auch gut für nehmen, finde ich. Dass das so eine Holzbrücke ist. Ich glaube, das finde ich schöner. Und dann kann das hier halt wirklich über das Gehege drüber führen. Dann können die Besucher schön von oben auf die Bären runter gucken. Wir haben hier eine Verbindung. Und die Bären kriegen ein richtig tolles, großes Gehege. Ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Gucken wir einfach mal. Weil da können wir nämlich das Bärengehege hier unten ansetzen lassen. Und dann diesen ganzen Bereich hier zum Bärengehege machen. Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre hier aber... Oh, guck mal, wie herrlich das jetzt hier gerade aussieht. Mit dem Schneegestöber. Und dann hier unser... Unser Weihnachtsbereich. Ach, ist das toll. Das ist richtig toll, Leute. Ja, und die Pinguine müssen wir da mal gucken, wo wir die dann noch hinbasteln. Das wird auf jeden Fall... Oh, das wird groß. Das wird richtig schön. Oder wir lassen das hier unten aus. Das hier ist auch ein Mitarbeiterweg. Ach, guck, das Ding ist ja kaputt. Müssen wir mal einen Techniker rufen. Abgenickt von Technik. Sonst müssen wir... Sonst müssen wir... ...den Weg auch erstmal zu einem normalen Weg machen. Das ist halt eigentlich auch total unpraktisch hier. Nee, gar nicht da unten. Ich könnte doch von da unten noch angelaufen kommen. So machen wir das. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so viel verändere gerade. Und es dann hinterher sogar noch wieder rückgängig mache. Hä, jetzt haben wir hier aber ein richtiges... ...ein richtiges Schneegestöber. Wow. Hallo. Sehr cool. Mir fällt gerade auf. Wir haben hier auch noch wieder... ...Besuch. Die begrüßen wir. Okay, paaren sich ohne... ...die Gefahr auf Inzucht. Ähm... Aber dann würde ich das Licht hier den Weg so langsam drumherum ziehen. So, da markiert der schon mal so ein bisschen die Gehege. Dann bauen wir hier... ...ein Gehege hin. Und vielleicht machen wir auch hier den... Obwohl nie genug Platz für Berge... ...haben wir hier eigentlich nicht für den Schneeleopard. Die Pinguine könnten wir aber auch hier hinpacken. Dann machen wir hier hinten doch den Schneeleopard hin. Wir gucken mal. Hier ist schon wieder ein Tod an alter Schwäche. Also momentan... ...es ist heftig. So, wenn das hier alles das Bärengehege wird hier... ...gut, das muss man natürlich aussparen. Das ist klar. Aber da kann man dann trotzdem, glaube ich, ganz gut basteln. Ha! Es hängt schon wieder an. Wir kriegen es schon wieder morgen hier. Aber es ist halt noch so dunkel. Wie sieht es denn hier aus mit unserer Forschung? Veterinär... Oh, das wollte ich gar nicht. Da haben wir jetzt aber auch schon wieder eine abgeschlossene Forschung. Klassische Schweinepest. Dann können wir... ...das hier weiter erforschen. Was haben wir hier? Oh, Souvenirläden haben wir einmal abgeschlossen. Genau, das ist perfekt. Genau das wollte ich. Darauf hatte ich gehofft. Was haben wir denn jetzt für einen Souvenirladen bekommen? Merchandise. Merchandise. Just a momento. Looney balloons. Hey, was haben wir denn hier jetzt bekommen? Kann ich das... Kann ich das irgendwie sehen? Was wir bekommen haben? Just a momento. Ist das schon, was wir bekommen haben? Okay, das ist krass. Das stellen wir jetzt einmal hier hin. Und dann kommt das hier da rein. Gruppe bearbeiten. Einrichtung. Das ist da. Und das werden wir jetzt hier wieder... Guck mal, das passt perfekt neben den Geschenkeberg. Also wenn das hier nicht hinpasst, dann weiß ich es auch nicht. Aber das sollten wir vielleicht eher nach innen packen. Und ansonsten nehmen wir hier den Bärengehegeplatz weg. Wisst ihr was? Das machen wir noch ein bisschen anders. Da, 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 da. Das mache ich dann wieder. Machen wir da noch so einen Verbindungsweg hin? Guck mal, jetzt hängt es schon wieder an zu regnen. Das ist echt, das ist, das ist, das ist, das ist wie im echten Leben. Das ist wie im echten Leben hier. Ich würde den aber trotzdem gegenüber von den Geschenken so hinstellen. Im Verkaufsbereich da, an den anderen Stellen können wir ja noch wieder Deko stellen. Aber ich finde, die Geschenke, das passt dann einfach perfekt hin. Was war das? Ich weiß nicht mehr, was das für ein Gehege... Was das war? Sauberkeit stellt ein... Warum? Okay, krass, da muss ich wohl mal einen Tierpfleger rufen. Ja gut, also langsam aber sicher geht es weiter hier mit unserem Zoo. Ich würde mich für heute verabschieden. Dienstag kommt dann die nächste Folge um 12 Uhr, denn ab dann darf ich euch das neue Pack zeigen. Dann gucken wir mal rein, was es alles für neue Tiere gibt. Machen wir vielleicht auch mal einen kurzen Exkurs, wenn es ein Zoo gibt, wo man sich das schon mal angucken kann. Wenn es schon irgendwie so ein Szenario-Zoo gibt mit Wasser, machen wir da mal eine Extra-Folge, bevor wir hier wieder hin zurückkehren und dann auch die Pinguine und sowas in Angriff nehmen. Also dann, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, macht's gut und bis Dienstag. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020